Es wird, glaube ich, demnächst für alle Aktivitäten Helme geben. Das ist mein Präsentierhelm. Ich habe auch hier so einen Sexhelm mal entworfen. Bumsi-Time. Da steht Bumsi-Time drauf. Der ist atmungsaktiv. Er hat hier einen Spritzschutz. Das ist super praktisch. Und Knieschoner hat man ja sowieso an beim Sex. Deswegen ist... Bumsi-Time. Wie nennst du das denn? Halt Bumsi-Time. Ab jetzt Bumsi-Time. Schlagartig.